Ja, meine Freunde, zwei FCA-Gerüchte auf einem Streich, ein rechter Verteidiger und ein Innenverteidiger. Der rechte Verteidiger ist dieser gute Herr, Mikkel Dessler, spielt beim FC Toulouse, ist Dene, 28 Jahre, 1,84 Meter groß, auch wieder ein großer rechter Verteidiger. Ja, und die Quelle ist hier Fußballtransfer. Start Rennes ist hier auch interessiert an dem guten Burschen, also wir haben gute Konkurrenz da auch aus der französischen Liga. Ablösesumme wird gehandelt um die 1,5 und 2,5 Millionen, also durchaus im Bereich des Möglichen für uns. Und was hier wieder sehr interessant ist, sein Vertrag läuft 2024 aus. Ja, was mir da wieder auffällt, man war scheinbar wirklich auch an den belgischen Spieler Patrice dran. Der ist jetzt aber nach Anderlecht gewechselt und da hat das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht gepasst, deswegen ist der D gescheitert. Der ist aber auch ein enorm großer rechter Verteidiger. Was ich daraus lese, wir scouten scheinbar dann eher nach rechten Verteidigern, die eine gewisse Körperlichkeit mitbringen, weil wir ja gerade bei Flanken auf den langen Pfosten auch sehr anfällig waren. Und da wünsche ich Erno wohl gewisse Stabilität. Und er will dann wohl doch eher Viererkette spielen, weil das sind alles so eher Viererketten-Verteidiger. Und würden wir nämlich eine Dreierkette mit Schienenspieler planen, dann würde man ja eher einen quirligen, einen beweglichen, mit sehr viel Offensiv-Power und Scoring-Power-Rechten-Verteidiger hier scouten. Das ist aber eher ein Viererkette-Verteidiger, der auch defensiv seine Qualitäten hat, natürlich auch Offensiv-Power hat, eine hohe Aktivitätsrate. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Man scheint hier echt einen gewissen Wert darauf zu legen, bei einem Rechtsverteidiger darauf, dass er die Flanken auch gut wegverteidigen kann, auch bei Ecken helfen kann. Wir waren ja auch standardanfällig und das lese ich hier draus bei Mikkel Dessler und bei diesem Patrice, der bei uns ein Thema war. Sie sind beide körperlich sehr, sehr groß. Und Mikkel Desslers Stärken sind seine Laufstärke, also sehr laufstarker Spieler mit hoher Aktivität und einfach auch eine gute Sprungkraft. Also er ist wirklich in der Luft gar nicht so schlecht. Und das meine ich bei Flanken auf den langen Vorstenverteidigen scheint doch echt das Spielerprofil für eine Viererkette langsam zu sein. Das sind auch alle Spieler, die vielleicht zur Not, ja gut, er jetzt vielleicht weniger, aber trotzdem mit 1,84 körperlich einfach gut gebaut ist. Schauen wir mal auf seine Stats vom letzten Jahr. Ja, da hat er in 27 Ligaspielen 1 Tor, 2 Assists gemacht. Also wie gesagt, Scoring Power ist jetzt nicht seine Stärke. Er hat aber trotzdem eine hohe Aktivität. Wie gesagt, nach vorne läuft sehr viel. Beim Aufstieg vom FC Toulouse hat er es zumindest auf 6 Assists da in dem Jahr gebracht. Das ist zumindest ganz ordentlich. Ich kann jetzt nochmal ganz genau schauen. Toulouse ist aufgestiegen im Jahr davor und da hat er in 38 Spielen, also 38 Spiele gemacht, selten verletzte Junge, 1 Tor, 6 Assists. Was mir bei ihm auch aufgefallen ist, da schaue ich auch immer drauf, ich weiß, er legt da auch einen Wert drauf. Ganz selten verletzt, fitter Spieler, der wirklich ein Dauerbrenner ist. Man muss sich hier nicht so viel Sorgen machen, dass er ausfällt. Also was das angeht, er ist ein Mr. Zuverlässig. Wie gesagt, mit seinen 28 Jahren auch ein recht gestandener Spieler und ja, hat noch kein Länderspiel, das muss man auch sagen, hat aber für die dänische U-Nationalmannschaft, U21, 5 Spiele, U20, 1 Spiel, U19, 2 Spiele, U18. Also das hat er alles durchgemacht. Genau, und hat jetzt in der französischen Liga auch eine gewisse Erfahrung auf gutem europäischen Niveau. Die französische Liga, die hat schon eine gewisse Qualität und da hat er jetzt ein Jahr wirklich gut performt. Deshalb haben wir das Interesse. Davor war er bei Odense BK, dort wurde er ausgebildet in Dänemark, hatte dann so eine kleine Zeit bei Hau Gesund in Norwegen. Und dann ist er eben am 20.07.2021 zum FC Toulouse gewechselt für eine Ablöse von 500.000. Und da ist jetzt auch natürlich sein Marktwert etc. auch die letzten Jahre wirklich gestiegen. Da können wir gerne mal auch die Grafik von Transfermarkt.de kurz einblinden. Das Setsas-Marktwert hier seit seinem Wechsel von Toulouse. Hier am 27. bei 800.000, jetzt mittlerweile hier bei zweieinhalb Millionen. Und wie gesagt, man kriegt ihn zwischen eineinhalb und zweieinhalb Millionen bezahlbarer Spieler. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung schon mal reinschreiben, was ihr von ihm haltet. Und ich habe euch schon mal jetzt einfach gesagt, was wahrscheinlich das Profil ist, wo wir ein bisschen suchen. Man liest es ja einfach so ein bisschen raus die letzten Wochen. Ein eher größerer RV. Und es riecht mir in den letzten Wochen immer mehr als Hauptsystem Viererkette. Wir haben uns natürlich sehr auf die Dreierkette versteift. Es waren gefühlt sehr viele Infallteile. Es lichtet sich ein bisschen. Und Enno hat jetzt nur mit Viererkette getestet. Ich glaube auch, dass die Dreierkette auch eine Option ist. Aber wir bleiben da enorm flexibel, weil dieser Dessler ist für mich dann doch eher ein Mann, wo auf der Viererkette seine Stärken hat oder in der Viererkette. Aber es ist wichtig, dass da was passiert. Ich habe heute noch einen Bericht zum Thema RV-Position gesehen bei uns. Da hat Enno Maasen jetzt gerade Jorlina, Jensen, Gummi so immer im Training auf der Seite. Und das ist einfach, ja, muss was passieren, Leute. Da muss einfach was passieren in meinen Augen. Sonst wird es da wieder Anfälligkeiten geben. Und dieser Mann könnte uns defensiv stabilisieren. Er ist ein fitter Spieler und laufstarker Spieler. Und daher mal schauen, was passiert. Das zu Mikkel Dessler vom FC Toulouse. Ja, und dann kommen wir zum Innenverteidiger Maik Nabrocki. Der polnische Journalist Tomasz Wlodarsik, ich hoffe, ich spreche Sie richtig aus, hat uns da einfach in Verbindung mit ihm gebracht. Union Berlin und Celtic Glasgow sind auch Interessenten neben uns. Er hat eine Bremer Vergangenheit, wurde dort ausgebildet, wird auch gut Deutsch sprechen können, ist Pole, 1,92 Meter groß, 22 Jahre junger, beidfüßiger Innenverteidiger mit einer guten Körpergröße. Hat sich super entwickelt, hat mittlerweile einen Marktwert von 4 Millionen, den zeige ich euch auch gleich. Hat sich kontinuierlich da gesteigert und jetzt so eine richtige Explosion sozusagen gehabt, was das angeht. Vertrag bis 2025. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwie eine Klausel Kaufoptionen gibt für andere Ligen. Wenn nicht, müsste man hier auf jeden Fall schon ordentlich was zahlen. Aber ihr wisst ja, es kann gut sein, dass wir in der Innenverteidiger auf der Innenverteidigerposition wirklich noch Handlungsbedarf haben. Es kommt wirklich vieles darauf an, wie Jeff sich entscheidet, ob wir mit ihm ins nächste Jahr gehen. Falls Jeff bleibt, sehe ich da gar nicht so zwingend Handlungsbedarf und nur Urukai geht. Aber falls beide gehen, ist hier wirklich was zu tun. Dieser Mann hat im letzten Jahr bei Legia Warschau in 25 Spielen vier Tore, ein Assist erzielt. Auch kopfballstark, ähnlich wie Patrick Pfeiffer in der Luft. Ein ganz schön starker Spieler. Könnte uns nochmal bei Standards defensiv wie auf offensiv stärken. Wurde Tabellenzweiter dort hinter Rakow. Ich glaube, so spricht man die aus. Also auch eine gute Saison mit Legia Warschau gespielt. Und einfach, wie gesagt, dort ein absoluter Führungsspieler und Leistungsträger geworden. Die Verletzungshistorie, die ist auch immer sehr wichtig. Da war er letztes Jahr nur mit einer Gesichtsprellung mal nicht dabei. Ansonsten war das ganz gut. Also er hat nicht großartig Ausfälle gehabt. Im Jahr davor, in der Saison 2021-2022, hatte er mal eine Prellung. Da ist er 45 Tage ausgefallen, sieben Spiele. Und auch noch eine Muskelverletzung, wo er fünf Spiele ausgefallen ist. Also zwei Jahre davor, zwölf Spiele Ausfall. Letztes Jahr nur zwei Spiele Ausfall mit einer Gesichtsverletzung. Das auch nochmal nebenbei erwähnt. Weil ich weiß, das ist bei uns auch ein sensibles Thema mit den Verletzungen. Und ja, vom Profil sieht das alles nicht schlecht aus. Wie gesagt, er wird Deutsch können. Und man sieht hier einfach, er hat sich hier kontinuierlich vom Marktwert gesteigert. Und gerade hier eine richtige Schübe gehabt vom 16.11.2022 von 1,8 Millionen auf 4 Millionen hoch. Und einfach hier eine sehr, sehr starke Saison gespielt. Es ist immer halt dieses Ding, Union Berlin ist dran. Da haben wir aber wahrscheinlich wirklich einen Vorteil, falls uns Uruka und Jeff jetzt verlassen, dass wir ihn mit Spielzeit auf jeden Fall eher kriegen würden. Union Berlin ist da hinten super besetzt. Mit Knoche, Leitsch, Döki und so weiter und so fort. Da wird es für ihn dann schwierig. Also mit Spielzeit könnten wir hier auf jeden Fall Union, zumindest was das angeht, ausstechen. Und Celtic-Glesko ist natürlich auch so ein Thema, muss er wissen. Da er aber jetzt in Deutschland in der Vergangenheit hat sich hier auch eine große Chance, dass er sich dann eher für die Bundesliga entscheidet. Oft sind ja so junge Spieler, die bei den Bundesligisten der Jugend groß geworden sind, haben dann auch den Traum, Bundesliga zu spielen. Also hier spricht auf jeden Fall etwas für uns. Ja, seine Stärke ist auf jeden Fall seine Beidfüßigkeit und einfach, dass er sich seine Körpergröße gefährlich bei Standards. So habe ich es mal ein bisschen rausgelesen. Relativ schneller in Verteidiger ist er auch mit einem ordentlichen Topspeed. Das sehe ich so ein bisschen als seine Stärken. Man muss halt gucken. Jetzt für mich beide Spieler, die ich gar nicht auf dem Radar hatte. Dementsprechend kann ich mich auch nur auf das verlassen, was ich hier ein bisschen gelesen habe. Ihr könnt mir aber jetzt trotzdem gerne eure Meinung zu den beiden Gerüchten mal in die Kommentarbox schreiben. Wir sehen ja, es ist noch was zu tun. Es ist jetzt nichts abgeschlossen, weil einfach sich so viel bewegt jetzt hat mit der Vertragskonstellation. Unser Spieler, auch ein Maurice Melon, auf einmal doch vielleicht ein Thema, dass er länger bleibt. Weil er gerade auf der linken Seite ja auch eine Option ist. Das habe ich jetzt auch in dem Artikel gelesen, für mich war da völlig klar, dass er geht. Aber wenn er in der Vorbereitung überzeugt, da hat ja natürlich jeder Spieler eine Chance, dann kann man sich hier auch überlegen, vielleicht mit ihm noch ins Jahr zu gehen. Also man weiß einfach nicht, was alles noch, wer alles geht und wer alles kommt. Aber wir wollen uns auf das jetzige konzentrieren. Diese zwei Spieler, eure Meinung in die Kommentare gerne. Was ich anmerken will, ich bin froh, dass rechte Verteidigergerüchte jetzt reinkommen. Und man hat einfach das Gefühl, dass was getan wird jetzt hier wieder. Und auf der IV-Position mal auch für den Notfall sich vorbereitet, falls Jeff und Udukai gehen. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch, Daumen hoch nach oben wäre super. Und dann sage ich Servus und bis bald. Schönen Start des Wochenende. Ciao, ciao. Ciao, ciao.